Koi-S.de informiert über Yamato, von Japan Pet Design. Bei Yamato handelt es sich um ein farbverstärkendes Futter für Koi. Angereichert mit Astaxantin und Vitamin C fördert es die Farbentwicklung der Koi. Durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ausgewählten Getreidesorten, Ölfrüchten und Fischmehl regt das Futter den Appetit der Koi an und hält sie in Form. Zusätzlich sind bei Yamato die identischen stressreduzierenden Inhaltsstoffe wie im Fujiyama enthalten. Zusammensetzung Getreidekörner, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse Fisch, andere Meerestiere, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse Ölsaaten, Ölfrüchte, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse aus Fermentationsverfahren und Ammoniumsalzen Mineralstoffe Yamato ist in verschiedenen Pelletsgrößen und Verpackungseinheiten erhältlich. Sie sahen eine Produktinformation von keus.de Alles für Ihren Teich Was ist in verschiedenen Pelletsgrößen und Verpackung? Was ist in verschiedenen Pelletsgrößen? Was ist in verschiedenen Pelletsgrößen und Verpackung?